Die ALDE, die Allianz der Liberalen und Demokraten in Europa, hat sich als europäische Partei und Plattform entschieden, das Wahlmanifest für die Europawahl 2019 anders zu gestalten, als das andere Parteien machen. Wir haben uns dazu entschlossen, zehn internationale Expertenforum zu machen. Eines davon hat heute hier im NEOSLAB stattgefunden zum Thema Mobilität und Infrastruktur. Der Prozess hat begonnen im März und soll fertig sein, fix und fertig zur Abstimmung für den großen jährlichen ALDE Kongress am 9. November in Madrid. Eine europäische Transportinfrastruktur ist absolut wichtig für alle europäische Menschen, weil es verbunden ist. Wir haben die freige Mobilität für Menschen, Gäste und Services in Europa. Und wenn wir keine Infrastruktur für Transport haben, dann funktioniert das nicht. Der gesamte Internetmarkt beträgt davon. Deshalb müssen wir wirklich auf dem europäische Bedeutung bauen und denken europäisch. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist das Thema der Digitalisierung. Auch hier haben wir mit dem digitalen Einheitsmarkt, dem europäischen Markt, schon einiges weitergebracht. Allerdings sind die Veränderungen so schnell und die Politik muss hier einfach sehr, sehr viel mehr tun. Und ich hoffe, dass wir als Liberale hier die Meilensteine für die Zukunft setzen können, dass wir einen gemeinsamen europäischen Mobilitätsmarkt schaffen können. Der ist gut für die Wirtschaft, der ist gut fürs Klima und deswegen letztendlich auch gut für die Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020 city